Ja, aber warum haben die Menschen es noch gern Feuer gemacht? Das weiß ich ja auch nicht. Ich werde das sofort in die Hand nehmen. Wo sind die denn überhaupt? Die haben sich bestimmt verlaufen. Ja, wenigstens sind sie zusammen, dann kann ihnen ja nichts passieren. Rackio läuft die ganze Nacht durch die zerstörte Ruine. Ruine wird sich nicht der Nachtruhe hingeben, sondern durchwandern. Die anderen geben irgendwann auf, von der Neugier dann doch zu sehr gepackt wird Rackio sich von den anderen abwenden. Doch, ich will unbedingt wissen, wo diese himmlische, schöne Melodie herkommt. Rackio, hör auf. Das ist kein Sinn mehr. Wir finden nicht. Diese Melodie, sie ist so, sie ist so schön. Ich will wissen, wer so gut spielen kann. Aber du wirst es diese Nacht nicht finden. Wir sind jetzt die ganze Zeit gelaufen. Du kannst meinetwegen zurückgehen, aber ich und Kervo, ich muss wissen, wo diese Musik herkommt. Wenn ich euch nicht abhalten kann, dann solltet ihr vielleicht weitersuchen. Aber ich rate euch ab, definitiv weiterzusuchen. Keine Sorge, wenn ich die Melodie gefunden habe, beziehungsweise den, der sie spielt, dann komme ich zurück. Keine Sorge, wir gehen besser zurück, bevor wir den Weg nicht mehr finden. Ja, mir tun die Beine inzwischen auch ziemlich weh. Wir sind hier ganz schön viel rumgelaufen und wir haben überhaupt nichts gefunden. Obwohl, ich habe da hinten ein verbranntes Stück Holz gesehen. Aber das ging auch nicht an. Eure Beine tun weh? Ja, von dem ganzen Laufen nicht. Ich bin euch eigentlich nicht gewöhnt. Ja. Ich bin ja Viehhirte, müsst ihr wissen. Wir sitzen auch viel. Unter Bäumen und ähnlichem. Lasst mich euch nachher eine Massage geben. Das ist aber ein Lieb von euch. Ich habe aber keinen Huhn für euch. Das brauche ich nicht. Hauptsache euch geht es besser. Bei den Dienern Traviers seid ihr aber gut willkommen. Das sage ich euch aber. Mir liegt es eher besser. Aber lasst uns zurückgehen. Sehr vernünftig. So könnt ihr Wachen aufstellen und viel zu wenig Schlaf versuchen, die Nacht zu verbringen. Durch fehlenden Schlaf und den Regen werdet ihr mit 1W6-6 regenerieren. Das gibt allerdings keinen Schaden. Und dadurch, dass ihr auch nicht regenerieren müsstet, ist das an dieser Stelle fast egal. Aber fehlender Schlaf und der Regen machen euch trotzdem zu schaffen. Takio wird gar nicht regenerieren. Dem fehlt der Schlaf am nächsten Morgen, wenn die anderen aufbrechen mögen. Was würdet ihr jetzt für einen Ritter Travigor geben, der euch mit einem köstlichen Frühstück verwöhnt? Was für eine Nacht. Morgen. Also ihr habt das Essen verpasst. Guten Morgen. Was? Wir haben Essen verpasst? Nein, ihr wart hier. Ich werde einfach etwas von dem essen, was wir gekauft haben. Und ich habe leider dieses schöne Spiel nicht gefunden. Ich weiß nicht, woher diese Melodie kam. Oh, der Gorgelmorgel hat in ihre Tröte geblasen. Mhm. Nicht dieses schundhafte Getröte. Ich rede von einem schönen... ...einem schönen Flötenspiel. Hat er gerade gesagt? Ich tröte nicht schön. Ja, hat er. Oh. Wie kannst du es wagen? Wir sind doch Verbündete. Ich habe doch gesagt, wir sind zusammen unterwegs. Das heißt nicht, dass wir Freunde sind. Also er ist vielleicht auch einfach kein netter Mann. Also ich bin gern euer Freund. Ach, danke, danke. Ach, Gorgelmorgel, der ist so nett. Wir nehmen den mit, oder? Genau, dafür kann er das Hühnerherz haben. Ja, der lecker Bissen. Also, 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 wenn ihr wollt und wir machen nochmal Raster, dann kann ich es euch auch kochen. Also, kann ich probieren. Kein schlechter Koch. Ja, aber das Hühnerherz muss man roh essen. Oh. Das habe ich noch nie gemacht. Aber können wir nachher drüber reden? Müssen wir denn jetzt hier nicht los und diesen Drachen aufhalten? Hunger? Und so? Ja, sollten wir dringend... Doch, das müssen wir. Wir sollten keine Zeit verlieren. Es hat, äh, am vorherigen Tag schon Verluste gekostet. Doch, wir wissen noch nicht, wo dieser Drache ist. Wir müssen erst mal diesen Steinkreis finden. Das soll aber nicht seine Freude sein. Genau. Der führt uns unser Weg ins Gebirge. Und ihr Goblins, ihr könnt ja mal die Nase in die Luft strecken. Ich bin ja mal gespannt, ob ihr diesen Drachen wirklich fliechen könnt. Ja, das ist auch ein Müffeldrache. Die müffeln ein bisschen. Ich glaube, ihr meint Hatzelwürmer, aber nein. Es geht um einen Höhlendrachen. Was ist ein Höhlendrache? Von Mersing, die Drachenreiterin. Die hat drei Höhlendrachen unter ihrer Kontrolle. Wohl. Keine Ahnung, wie sie das macht. Nein, 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 nein. Die Blim hat gesagt Möffeldrachen. Mhm. Ja, die reiten darauf, soweit ich verstanden habe. Von Möffeldrachen? Ja. Wenn ihr damit Tatzelwürmer meint? Ja. Naja, das sind Drachen, die sind Grün und Müffeln. Mhm. Ich habe sie nie gesehen. Ich musste auch noch nie gegen sie kämpfen. Ich habe nur die Geschichten gehört, die man sich in der Mark erzählt. Und da soll Verena von Mersing die Drachenreiterin sein, die auf Tatzelwürmern reitet. Klingt ungemütlich. Und der Höhlendrache. Kennt ihr noch den Namen, Tau? Von dem Höhlendrachen? Tarkrandir. Genau, Tarkrandir war es. Der wird uns wohl gegenüberstehen. Sind Höhlendrachen intelligent? Und mit denen reden kann? Gewisse Intelligenz haben sie, aber ob man mit ihnen reden kann, weiß ich nicht. Ich habe noch nie mit einem geredet. Könntest du eine Tierkunde-Probe würfeln? Mit Drachen als Spezialisierung, klar. Ja, habe ich natürlich nicht, aber Tierkunde würfel ich. Drachen sind keine Nutztiere, nehme ich an. Ja. Zwei Punkte. Dann würfel ich auch mal. Also über Drachen weiß ich nichts, aber ich kann ihnen eine ganze Menge über Rinder erzählen, wenn du möchtest. Darf ich auch mal auf Tierkunde? Nein, können wir auch mal auf Tierkunde. Okay, so. Ja, leider weiß der Bestienjäger nichts, aber Rakio kann dir etwas davon erzählen, denn du hast sicherlich, als du von Norden aus angreist, bist schon etwas über Islaraan, Alopir und Tarkrandir gehört. Höhlendrachen sind intelligent, sie sind zaubermächtig und das Schlimmste ist, sie sind unglaublich bösartig, denn im Gegensatz zu anderen, wie beispielsweise dem Goldenen, könnte man mit denen reden, verhandeln. Selbst der bösartige Lessankarn verfügt über so etwas wie eine Motivation, über die man dann etwas von ihm wollen könnte. Aber die Höhlendrachen sind so sehr bösartig, dass sie dich einfach nur umbringen, einfach nur zerreißen und das so langsam und grausam wie möglich. Also selbst wenn sie eine Motivation haben, sie verhandeln nicht mit Menschen. Also, ich habe ein bisschen was aufgeschnappt auf meinem Weg hierher und ja, sie sind schlau, sie können auch sprechen, sie können zaubern, aber das, was ich am meisten über sie gehört habe, sie sind extrem bösartig. Das heißt, bevor ihr wahrscheinlich auch bloß den Mund aufmachen könnt, seid ihr wahrscheinlich schon in alle einzelnen Teile zerhackt. Dann sollten wir vielleicht die Verhandlungen vertagen. Das Gefährliche an Drachen ist doch der Feuerstrahl. Und ja, egal wie sie euch angreifen, aber sie werden euch angreifen. Und ich schätze mal, wenn diese Drachenreiterin jetzt auch noch ihre Hand im Spiel hat, ich glaube kaum, dass Reden mit denen etwas bringt. Gut, wir sind nämlich auch nicht zum Reden gekommen. Wenn man es mit ohne Gewalt lösen kann, ist es doch besser als mit Gewalt. Es sind Drachen, Kreaturen, Bestien. Wir sind hier, um sie zu töten, damit sie die Lande in Ruhe lassen. Sie hätten sich gegen die Drachenreiterin stellen können, was sie nicht taten. Ich glaube, Böse und Böse gesellt sich gern. Also sollten wir keine Skrupel haben, gegen die vorzugehen. Mit allen uns möglichen Mitteln, obwohl es immer noch vor dem Flammenstrahl bangt. Und dann... Ich weiß nicht, wie ich dagegen vorgehen soll. Und deshalb am besten, bevor sie uns bemerken. Aber wie gesagt, sie sind doch verdammt schlau und sie können Magie wirken. Also... Ob wir so einfach an sie rankommen? Ich bezweifle es. Naja. Vielleicht wird uns dieses Druiden-Ritual ja weiterhelfen. Hoffentlich. Ja, aufzeigen. Aber ich hoffe, ihr habt das alles dann im Griff. Ich hoffe. Ich hoffe. Mir ist allerdings die Fähigkeiten der Druiden bekannt, wie sie ihre Zauber wirken. Allerdings, es scheint ein Rätsel zu sein und wir werden das schon schaffen. Außerdem, wenn ihr von diesem Steinrätsel redet, vergesst nicht. Dieses Steinrätsel betrifft bloß die Drachenreiterin, nicht die Drachen. Ach, bei den Drachen habe ich vollstes Vertrauen in euch. So könnt ihr den Weg fortsetzen. Von der Hallinger Tiefebene aus geht es in die Baronie Rosenbusch und in den Duttlinger Hocken. Weitere Hügel, weitere Wälder und irgendwann vor euch zwei große Berge. Nach den Berichten zufolge muss das Windkampf und Grafenen sein. Das Ziel eurer Reise. Ein ganzen Tag aus zieht ihr von hier aus mit eurer merkwürdigen Kombination durch die Hügel. Immer mal wieder gibt es zahlreiche Spuren, vor allem von Drachen, von anderen Söldnern. Schwere Stiefel, die im Morast eingesungen sind vor einiger Zeit. Dann könnt ihr sehen, wie die beiden Koblenz ihre Nase in den Winter halten und wohl anschlagen. Auch wenn ihr Wagen relativ laut ist mit den Schweinen, die immer mal wieder grunzen und die Räder, die knarzen und quieken. Aber jetzt halten sie an. Warum haltet ihr? Wir haben Gesellschaft. Ja, wir sind hier unterwegs. Wir sind mehrere. Was meint ihr? Nein, ich meine da links vorne hinter dem Hügel. Da sind so eins, zwei viele Sulak. Sulak? Ja. Goblins. Und lasst mich raten, sie sind nicht eure Freunde? Wir haben sie ja noch nicht gesehen. Die sind ja hinter dem Hügel. Doch ich, wir die nur. Vielleicht übernehmt ihr die Verhandlungen mit denen. Ich meine, ihr seid ja schließlich auch Goblins. Nein, wir sind jetzt mit euch verbündet. Wir treuten die mal heran. Wenn das funktioniert? Ich bezweifle es irgendwie. Aber hier haben wir unsere Goblin-Armee. Gurgel, was meinst du? Nach was hören die sich an? Ja, warte, ich versuche mal zu lauschen. Atmet mal leise an den Händen. Ja, dann brauche ich nochmal eine Sündschärfe Probe auf Hören oder Riechen. Würde ich auch zulassen, Goblins. Riechen natürlich auch gegen den Wind. Das reicht mir nicht. Das ist ja auch gereicht. Können die anderen auch? Ja, also ihr könnt hören, dass da was wohl ist, aber ob das 10 sind oder 20 oder nur einer, das wisst ihr nicht. Aber Goblin-Moglin kann sogar den Stamm herausschnuppern. Du bist doch die Schnupperin, oder? Mhm. Ich bin die Schnupperin. Das sind Zibl. Ich bin der Hörer. Das sind was, bitte? Ziblima. Oh, komm, das Röckel. Ja. Das sind unsere. Ah, das sind unsere? Ja, ja, ich dröte mal. Dröte mit. Ja, ich dröte mit. Das ist schrecklich. Das gefällt mir. Wir sollten uns auch Tröten besorgen. Über die Hügelgruppe rennen nach und nach mit den Speeren in der Hand. Nicht wirklich zum Kampf bereit, aber mit den Speeren in der Hand. 20 rotpelzige, mit den unglaublich langen Händen, beziehungsweise Armen und Beinen auf euch zu. Sie schlackern so ein bisschen im Wind und im Regen. Da kommen sie auf euch zu. Ah, Kocke, Mocke und Krocke, hallo. 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 Äh, Jorlacke, Jorlakin. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier? Wir jagen Drachen und wir haben Freunde. Ihr jagt den Drachen? Äh, nee, noch nicht. Also, ähm, wir müssen da hin. Äh, wir wissen, wo die Höhle ist, aber sie ist leer. Oh. Und jetzt? Äh, weiß ich nicht. Jorlack nicht wissen. Ja, aber diese Menschen haben gesagt, sie müssen da Steine umschubsen. Oh, stimmt, haben die gesagt. Äh, Steine gesehen. Vier Stück, einer kaputt. Sollen wir euch hinbringen? Ja. Okay, kommt mit. Und so kann euch der Anführer Jorlack in Richtung der Hügel führen. Noch eine Stunde, die ihr reisen müsst, aber wohlbehütet durch die 20 Goblins, die unglaublich müffeln, könnt ihr den Weg antreten. Auf dem Wege, äh, könntet ihr noch sehen, wie eines der Reitschweine versucht nach, an den anderen Komponenten zu schnappen. Und ihr seid sehr froh, dass ihr mit diesen Viechern nicht allzu lange reisen müsstet. So gefährlich, wie die sind. Ja, der kalte Wind, der euch in die Haut schneidet, ähm, der Regen, der so ein bisschen härter geworden ist. Und auch wenn ihr nicht wirklich hochgestiegen seid und auch wenn es nicht noch, noch nicht Winter ist, noch nicht Hesinde oder Firon, könnt ihr dann tatsächlich sehen, wie sich erste weiße Dampfwolken vor euch bilden, so ein bisschen rauhreif auf den Gräsern. Und dann der erste Schnee auf den Büschen liegt, äh, Bären gibt es hier zwar auch, ähm, irgendwie scheinen hier die Elemente aus den, aus den Fugen geraten zu sein. Dann ragt vor euch eine steile Felswand auf, die Eis und Schnee bedeckt. Das ist eine Höhle, groß für, ja, groß für sicherlich zwei Kutschen und einen Eingang. Dicke Eiszapfen, die bis zum Boden herabhängen. Und einige sind abgebrochen, so als ob ein großes Wesen daran hervor, ja, hervorgerannt wäre, durchgebrochen. Und neben dem Eingang stehen Hölzerne, gut zwei Schritt hohe Pfosten mit einigen Symbolen, die darauf markiert sind. Äh, ihr Rollag wissen, dass das Öle von, äh, von großen Höhlendrachen, aber Höhlendrache raus, wir haben nachgeguckt, er ist weg. Sie blieb ihm nicht so, nicht so besonders froh. Oh je. Äh. Ich glaube, er war bei, bei Steinhaus von den Menschen. Äh, Anführer Tau. Äh, w-w-was? Äh, schubst die Steine. Welche Steine? Weil die da dritte Steine schubsen, hast du gesagt. Äh, ja, äh, wo sind die Steine? Äh, hier, diese vier Säulen. Warum ist es so arschkalt? Äh, du hast kein Fell, deswegen... Natürlich habe ich, äh, kein Fell. Wer hat gesagt, dass wir in die Berge müssen? Niemand hat gesagt, dass wir in die Berge müssen. Jorlachs sagen, das ist kein Fels, das ist nur kleiner Hügel. Ach, warum nicht so schnell? Ähm, müssen wir rein für noch mehr Steine oder Steine nur hier vorne? Äh, die Steine leuchten. Welcher der Steine ist dann kaputt? Ähm, es gibt wohl, wenn du dich rumguckst, ähm, vier, wie gesagt, vier große Säulen aus Holz und in der Mitte eingelassen, das ist wohl ein Bergkristall, der da leuchtet, ungefähr faustgroß. Ähm, und ein fünfte Holzsäule ist umgebrochen. Also, du weißt, du weißt zwar, wo die stand, aber wo der Pfosten selber ist, entweder ist er den Abhang runtergerollt und liegt da irgendwo, oder er wurde tatsächlich entfernt. Zumindest gibt es eben den, die, ja, es würde sowas wie ein Fünfeck anordnen, ähm, so wie du das hier anguckst, aber, tja, die fünfte Säule fehlt auf alle Fälle. Was ist mit der Fünfe? Da war jemand schneller und hat er schon umgeschobst. Also, müssen wir einfach diese Säule finden, sie hinstellen und fertig? Ja, da weiß es vielleicht. Weiß nicht, wie funktioniert so etwas? Oder müsste er in, äh, Schauber wirken, Tau? Also, vermute, dass alle Fünfe irgendeine Art und Weise verbunden sind und sich erst mit der fünften Säule auch ein Erkenntnis bilden lässt, wie dieses Rätsel zu lösen ist. Also, wenn es wirklich so einfach ist, dann würde ich vermuten, wenn diese Drachenreiterin auch davon weiß, dass sie diese... ...Geschwohle geklaut hat? Ja. Äh, vielleicht ist die in der Höhle? Äh, Jorla, Jorla gesehen, da keine, keine Holzsäule. Ehe weg. Ehe weg. Äh, kein, kein Schatz, keine Holzsäule. Alles weg. Habt ihr... ...nix zum Tod machen? Habt ihr... ...auch... ...euch... ...um den ganzen... ...berg umgeschaut? Äh, Jorla seit... ...äh... ...vielen Tagen hier. Seit zwei Monaten, aber nicht... ...nicht hier. Also, habt ihr... ...geschaut, ob sie... ...vielleich runtergerollt ist? Und dann zeigt mal, den Berg mal runter... Ja, Jorla wissen, wie... ...wie Berge funktionieren. Ich... ...hat Jorlags Säule gesehen. Jorlags nicht gesehen, nur die vier. Ich trete mal auf eine der Säulen zu und, äh... ...tue so, als würde ich sie, äh, fachmännisch beklopfen. Äh, tatsächlich klopfe ich aber einfach nur so. Was ist denn das für ein Material? Äh, brauchst du Gesteitskunde? Ne, das ist Holz. Also, das erkennst du, ähm, geschnitzt ist Holz. Einfach nur eine lange Stähle. Sicherlich aus den Wäldern, die du hier rum 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 gesehen hast. Und ein Bergkristall, der im Inneren glänzt. Oh, Stein. Ähm... Der Stein ist schön. Sollen wir die Steine mitnehmen? Wir können die anderen Säulen umschubsen und die Steine rausnehmen. Das Auffälligste ist einfach, dass sie mit diesen geheimnisvollen Symbolen verziert sind. Und zwar zwei Symbole pro Holzsäule. Ähm, ich wollte gerade fragen... Oh, hier waren die Trolle. Sieht man, äh, irgendwelche Schleifspuren oder sowas, wo man vielleicht Pferdensuche machen könnte? Ähm, also du siehst auf alle Fälle Drachenspuren von einem Sechsbeiner. Aber Schleifspuren kannst du nicht erkennen. Also hier waren vor grauer Zeit, das ist sicherlich einige Tage her, ähm, viele Personen, auch alle samt in Kettenstiefeln oder sowas, war schwer, schwer gerüstet, aber Schleifspuren gibt's nicht. Also wenn ich mir diese Spuren, die eindeutig von einem Drachen stammen, anschaue, würde ich die gestohlen Variante am sinnvollsten ersehen. Sie machen groß Ärger, wenn wir nicht, äh, finden, äh, Tarkrand hier. Den Drachen? Ihr wollt den Drachen finden? Äh, Drachentöter-Trupp. Ach, ihr wurdet auch auf diese... ...mit dieser Aufgabe betraut. Jorlak entbehrlich, wie Grogl, Mogl und Grogl. Aber Drachen, Mogl und Grogl sind besser als vier. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Kanonenfutter. Ist nicht schlecht. Sag doch, ihr habt meine Armee. Ich freu mich, dass wir einen ganzen Trupp Entbehrlicher hier haben. Das bringt uns, äh, sehr viel weiter, müsst ihr wissen. Man kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Aber... Und, und was, wenn wir einfach eine neue Stähle schmitzen, schnitzen? Äh, Schamane-Rugl, sag mal. Äh, was muss da hin? Ich glaube, es hat irgendwas mit den Zeichen zu tun. Aber ich mal die jetzt hier mal in den Stau. Was sind das denn für Zeichen? Kennt ihr irgendwer? Trollzeichen. Fehlt ein C und ein H. Sind das trollische Raumbilderschriften? Nein. Okay.